Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So. Dann hoffe ich nur, dass ich den Rasenmäher richtig eingestellt habe, nämlich dann vorgewendete, also quasi das Graszeichen mit zwei Wassertropfen. Aufgewendetes Gras. Das kann man nämlich dann direkt an Einschmeißer beim Einsammeln. Allerdings brauche ich ja dann noch einen Staubsauger. Das stand nämlich auch noch auf der Liste, stimmt ja. Ja. Das stimmt ja, da war ja was. Ups. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, einparken hätte er schon mal besser gedacht. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss ja jetzt doch noch einen Test machen. Ja, das war's für heute. Ich muss ja gerade bei der Steuerung noch mal gucken. Ja, das war's für heute. Ich meine, das war Taste Y, wo ich das ein bisschen ändern konnte. Ja, das war's für heute. 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 Was ist los mit dir? Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Okay. Ich muss gerade noch mal was gucken. Also quasi kleiner Maschinen Maschinenhalle Also ich weiß, wir brauchen Wir brauchen Güllefässer Güllefass Ja, das sind halt die Weil das Mistlager ist klar, dann zwei Stück Große Silagelage, deswegen wollte ich hier eigentlich dann auch die Die BGA hier groß nutzen Aber naja Das ist halt so So, jetzt einfach mal Wenn der fällig gemäht hat Juli Okay, Juli Rote Beete Moin Justin, mein Lieber Schön, dass du da bist Wie geht's dir? Was macht dein neuer PC? Weizen Ah, verdammt Weizen zuerst, dann die Rote Beete Können wir ein Perfekt Ach ja Ja Also Hört ganz gut Gut, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen Geld Und haben ein bisschen Was für die Für die Für neue Maschine Was für die Die werden bestimmt auch noch einen Tag durchhalten. Die werden bestimmt auch noch einen Tag durchhalten. So, ich fahre mal zurück. Upsala, jo, einmal baden gehen wollen wir aber nicht. Junge, Junge, auch geil. Clip-Mama. Fahrverhalten, ey. So. Jetzt hat er schon die Dinger hochgeholt. Oder da war es auch, du bist doch so blöd. Ach, Mann. Ich hätte doch jetzt gerne mitnehmen sollen. Ich brauche einen Nachbarn irgendwie Honig. Scheißdreck da. Na gut. So, das ist ja noch da. Ah, viel hat er nicht perfekt. Das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch wirklich. Das lohnt sich. Das lohnt sich.